Die Monsterwindel ist da. In Windel News Folge 23 habe ich sie zum ersten Mal vorgestellt. Nun musste sie in diesem Praxistest beweisen, ob der Titel verdient ist. Positiv hat mich an der modern aussehenden, bedruckten Verpackung die Möglichkeit zum einfachen Öffnen überrascht. Man kann sie mit den Fingern aufreißen, ohne Schere oder andere Hilfsmittel. Das ist sehr bequem und funktioniert leider bei vielen anderen Packungen nicht. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sie nicht zu stark in die Packung gepresst sind und sich daher leicht herausnehmen lassen. Vom ersten Eindruck her wirkt sie dick, was die Messung auf der Waage bestätigt. Mit 241 Gramm gehört sie zu den dicksten Windeln, die bisher getestet wurden. Äußerlich hat sie einen farblich sehr kräftigen Aufdruck auf der Klebezone, der fast bis an das Ende der Seitenflügel reicht. Die restliche Fläche der Windel ist ebenfalls bedruckt, allerdings dezenter mit weniger Farben und nicht so kräftig. Im Inneren ist sie weiß mit blauem Saugkern, wie man es von ABDL-Windeln her gewohnt ist. Auch der hohe Seitenschutz ist Standard, um Auslaufen zu verhindern. Zusätzlich bietet er Platz für Booster als Einlagen, um die Saugstärke zu erhöhen. Zum Zukleben hat sie Kleber aus Plastik, die sich wieder verschließen lassen. Zwar nicht unbegrenzt, wie es theoretisch bei Klett der Fall wäre. Aber es reicht in der Regel völlig aus, weil man ja eine Windel nicht 100 Mal neu verklebt. Sondern vielleicht das eine oder andere Mal, wenn sie voller wird und dadurch schlechter sitzt. Das ist hier kein Problem. Die Kleber lassen sich auffallend leicht lösen und verkleben. Selbst wenn sie nach einiger Zeit geöffnet werden, muss man nicht so extrem viel Kraft aufwenden, wie bei anderen. Es wirkt anfangs, als seien sie zu schwach. Doch der Eindruck täuscht, sie können die Windel trotzdem sicher halten, auch wenn sie schwerer geworden ist. Die Windel ist weich und passt sich sehr gut an den Körper an. Kneten, damit sie nicht wie ein Klotz zwischen den Beinen ist, braucht man nicht. Ich finde, sie trägt sich leer und voll angenehm. Die Windel ist weich und passt sich sehr gut an den Körper an. Kneten, damit sie nicht wie ein Klotz zwischen den Beinen ist, braucht man nicht. Ich finde, sie trägt sich leer und voll angenehm. Bevor wir uns die Ergebnisse meines Praxistests anschauen, kommen wir zum Preis. Eine Packung mit 10 Stück kostet derzeit 32,90 Euro. Das macht bei 10 Stück Inhalt einen Preis von 3,29 Euro pro Windel. Das bewegt sich in Richtung Oberklasse. Wobei sie von dem Niveau der meist überteuerten Cottonwindeln noch weit weg ist, die werden teils für fast 4 Euro pro Stück verkauft. LNGU setzt auf das mit Abstand beliebteste Material, Folie. Offiziell versprechen sie eine Saugleistung von theoretischen 9,5 Litern. Ob das stimmt, zeige ich gleich bei den Ergebnissen vom Alltagstest. Vorher zu unserem Sponsor, dem ich an dieser Stelle für die Unterstützung dieses Videos danken möchte. Diaperminister ist einer der größten ABDL-Shops in Europa. Ihr findet dort ein großes Sortiment von Windeln wie beispielsweise der Hausmarke Kiddo oder weiteren großen Marken wie Tückables, Reas und weitere. Auch Bodys, Unterwäsche, Shirts findet ihr zusammen mit weiterer Kleidung sowie anderen Produkten aus dem ABDL-Bereich. Ich habe dort selbst schon einige Male eingekauft. Wie sieht es nun im Alltag aus, wenn man die Windeln nutzt? Ich habe das mit fast einer kompletten Packung getestet, 9 von 10 Stück, weil ich ja immer eine für mein Windelarchiv aufhebe, das ihr gerade sehen könnt. So sind Vergleiche mit anderen Windeln möglich. Und sie verschwinden nicht endgültig, wenn der Hersteller sie einstellt. Durch die neuen Windeln konnte ich einen guten Eindruck gewinnen. Mein positiver Eindruck, sie hat sehr viel ausgehalten. Bereits das erste Ergebnis lag mit 2,3 kg schon deutlich über dem Durchschnitt, den andere Windeln geschafft haben. Die nächsten Tests waren sogar noch besser und knackten die 2,4 kg Marke. Das beste Ergebnis und somit das Endergebnis sind 2435 g. Das ist fast das beste Ergebnis aller Praxistests. Es gibt nur eine Windel, die bisher mehr ausgehalten hat, nämlich die Trest Elite Briefs. Sie schaffte über 2,5 kg, zu einem Preis von damals 3,49 Euro pro Windel. Die Trest ist also nur 20 Cent teurer gewesen, dafür hatte sie eine leicht höhere Saugleistung, aber eben keinerlei Aufdrucke, sie ist außen komplett weiß. Und das ist nur die halbe Wahrheit, der Trest-Test ist von Oktober 2022, also fast genau zwei Jahre alt. Inzwischen hat der Hersteller die Preise so stark erhöht, dass Deiper Minister die Windel aus dem Programm genommen hat. Das relativiert den Preis von 3,29 Euro für eine bunt bedruckte Windel von hoher Qualität, die zudem bequem ist. Anders sieht es aus, wenn man auf Platz 3 blickt, die Little Rascals V2 hat nur minimal schlechter abgeschnitten, als die neue LNGU. Dafür kostet sie 2,69 Euro pro Stück. Im Vergleich dazu ist die LNGU um über 22% teurer, bietet dagegen nur rund 7% mehr Kapazität in der Praxis. Rein für die Saugleistung ist dieser Aufpreis also unverhältnismäßig. Dies ist jedoch relativ normal und keine Eigenheit von Windeln. Auch bei anderen Produkten zahlt man für die besten und schnellsten oft vergleichsweise viel Aufpreis, um ein paar Prozent besser zu sein. Ein Beispiel sind Prozessoren. Hier wird man meistens zu dem nüchternen Ergebnis kommen, hunderte Euro Aufpreis lohnen sich nicht, damit er um ein paar Prozent schneller ist. Der etwas günstigere ist für viele schnell genug. Geht es um eine hohe Saugleistung zum günstigen Preis, kann LNGU nicht punkten. Hier bieten andere Windeln mehr fürs Geld. Allerdings gibt es ja noch andere Gründe, die für oder gegen eine Windel sprechen, beispielsweise das Design. Darüber haben wir bisher noch kaum gesprochen. Die neue LNGU ist mit Babydrachen bedruckt, von denen es insgesamt vier verschiedene Motive gibt. Jede Packung enthält sie im Wechsel, ähnlich wie das andere Hersteller mit dieser Strategie machen. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl die Pigabeu. Es gibt nicht nur verschiedene Drachen, sie befinden sich auch in unterschiedlichen Umgebungen. Das soll eine Anspielung auf die Motive von Videospielen sein. Alternativen wie die Little Rascals V2 sind ebenfalls bedruckt, allerdings mit anderen Motiven. Dies ist am Schluss eine reine Geschmackssache, was einem mehr gefällt, sofern einem das Design wichtig ist. Im eigenen Portfolio hat LNGU mit dieser Windel einen großen Schritt nach vorne gemacht. Bisher ist das französische Unternehmen vor allem für ihre Candy Fluff-Windel bekannt. Ich hatte sie auch schon im Test, der Preis ist mit 2,49 Euro deutlich geringer. Ihre Saugleistung ist nicht mit den Dragoons vergleichbar, dennoch erzielte sie eine mit allen anderen Windeln verglichen überdurchschnittlich hohe Saugleistung. Lange Zeit war das die einzige von dieser Marke. Eine Steigerung von fast einem halben Liter zwischen diesen beiden Windeln aus dem gleichen Hause ist beachtlich. Mein Fazit, LNGU hat eine Windel erfunden, die zu den derzeit dicksten mit höchster Saugleistung gehört. Dazu ist sie weich und bequem, mich hat beim Test nichts gestört. Der einzige Knackpunkt liegt im Preis. Das scheint nicht am Hersteller zu liegen, auch andere Marken verlangen ähnlich viel für die stärksten Windeln, teils sogar noch mehr. Wen das nicht abschreckt, der wird zufrieden sein. Ansonsten gibt es Alternativen, schaut dazu gerne die Videos am Rand. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.